Moin moin Leute, Jansky was hast du für uns? Moin moin Leute und willkommen zu diesem Video. In der heutigen Folge, Gambal ist wieder dabei. Gambal ist wieder dabei. Ich fahre mit Torpedos. Vincent macht Sport. Und Marco. Warum war da ein Fleck auf dem Boden? Vincent macht Sport. Ist das ein Schatten? Ist das ein Schatten? Vincent hat einen guten, ausgeprägten Trizeps. Schnieke. Macht Sport. Und Marco versucht, die in Box zu fahren. Ich bin doch nicht Box. Ich glaube, ich hätte auch lieber auf diesen gebrochene Finger verzichtet. Denn im Endeffekt komme ich jetzt hier nur mit Nachteilen weg. Ich muss alle Klausuren nachschreiben. Ich kann nicht fahren. So richtig. So, hier ist das Lenkrad. Aber ich habe hier meinen Daumen umdrum mit der Handfläche noch. Und dann mit den Zeigefingern schalte ich. Und der Rest steht quasi in der Luft. Kontrolle ist ja nicht so groß geschrieben. Aber irgendwie funktioniert es dann ja am Ende doch. Ähm. Rossi. Da geht es nicht. Lang ist mein guter. Aber er hat keinen abgeräumt. Das ist der Schmaß. Sauberleistung muss man ja wenigstens leisten. Doch, doch. Die preschen dann komplett durch. Oder sind dann immer noch völlig verloren. Und räumen alle ab. Wir fahren hier mit Torpedos. Genau das war's. Ja. Und der Nächste. Der Nächste. Hoi. 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 Janski. Er muss er. Wo will er? Wo will er? Wo will er? Wo will er? Ich weiß nicht, was der Porsche genommen hat, aber. Wenn Pumptraft schiefläuft, dann sieht das so aus. Aber Bremsflute sitzen nicht. Oh, ich liebe Wolltsamilie. Das ist echt geil. Hallo, Bremsflute. Es knallt einfach noch ein. Werden kommt von den. Wo bin ich hin? Scheiße. Alter, Schmüller, es passiert hier. Was ist das? Okay. Ich muss auf jeden Fall die weiße Fahne essen. Loll. Hoch. In Hoch. Ein Hoch. Hoch. Moin. Ähm. Ja, also. Das war so. Das war so. Wie ist mein Auto ausgegangen? Ist nicht dein Ernst. Ach, so dumm mit dem Motor am Anfang. Das ist halt, wenn du die Fastenbelegung noch von dem anderen im Kopf hast. Ist nicht so schlimm. Du bist der Dritte, Jan. Du bist der Dritte. Es ist vollkommen okay. Und du einfach rumdrückst. Es ist vollkommen okay. Du bist der Dritte. Du bist der Dritte. Ja, da kommt Niklas gleich hinterher. Der Dritte. Mein Mission. Okay. Okay. Hehehe. Er hat die Zündung ausgemacht statt des Split Limiters. Meine Zündung ist schon wieder aus. Ich fasse aus. Tobi! Ja, meine Zündung ist aus. Ich hab wieder auf meinen News-Knopf gedrückt. Was? Warum? Wir brauchen den Fast Repair. Äh, DRS vielleicht? Ich drück mal. Und? LOL. LOL, was jetzt? Was hast du gemacht? Die Zündung ist aus. Was machst du? Ja. Hat keiner gesehen? Ich hab auch den falschen... Hä? Machen die das alle mit Absicht? Wo habt ihr denn eure Zündung? Das falsche DRS gedrückt. Ach so, oh lol, ich hab das Quali... Ah, okay, okay, okay. Ähm... Ich hab aber noch das Quali-Setup drin. Drei, zwei... 25, sechs, sechs... Oh mein Gott, ich fiel zu weit. Hahaha. No! Junge, ich hab alle Plätze verloren. Ich kam nicht mehr... Ich kam nicht mehr rum. Ich hab... Ich hab trocken... Ich hab trocken Reifen drauf. Ich hab trocken Reifen drauf. Hä, wie kann das... Ach so, weil du Setup gewechselt hast. Ja. Ich hab trocken Reifen drauf. Oh nein. Ich hab mich schon gewundert, warum das Ding nicht bremsen will in Kurveins. Fährst du jetzt oder gehst du Box? Ich geh Box. Bringt ja nix. Ich geh doch nicht Box. Scheiße. Hahaha. Oh man. Ich fühle so sehr mit dir. Wollen Sie jetzt überhaupt noch in die Box zu gehen? Wie viele Sekunden bin ich denn langsamer? Sollen wir draußen bleiben, Leute? Lohnt sich das? Ne, das lohnt sich eigentlich nicht, oder? Ich glaube aber nicht. Ohhhh. Ja, ja. Ich... Das war ganz spontan. Ohhhh. Ja Jansky, den gefallen. Tue ich dir jetzt nicht. Scheiß, Alter. Kraftstoff zum Nachkühlen. Wet Tires. Wie gesagt, heute, wir machen so ein bisschen äh... Wir bringen so ein bisschen Pep rein. Für mich zumindest. Für jede Drive-Thru-Panalty, die ausgesprochen wird. Ähm. Von Track Cuts oder whatever, die es gibt. Werde ich 20 Liegestütze machen. Ah, nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Na, ihr wollt mich doch verarschen. Es ist vorbei mit der Liegestützerei. 500 hat eingersackt. Mein Vorbild. 500 Liegestütze musste der machen? 500? Wie viel zum... Was haben die denn da zusammengecuttet? 500? 100? Boah! Vincent Gottweil. Wow! Wo ist denn hier... Oh, zack! Gucken wir mal, was ich dem Chiro geschickt habe. Die nette Streaming von letztes Mal. Ah! Der Blick, Alter, von Marvix. Einfach erwischt. Und dann nochmal so... Ach, scheiß drauf. Die nette Streamerin von letztes Mal. Ah! Das war schön. Das hat... Oh, das hat mich abgeholt. Achtet mal auf sein Gesicht. Wo ist denn hier... Zack! Gucken wir mal, was ich dem Chiro schickt habe. Oh, hat es irgendeiner gesehen? Die nette Streamerin von letztes Mal. Ah! Das war wild. Ich habe es mir eine halbe Stunde angeguckt, was? Schönes Video, Janski. Hab mich abgeholt. Ach, großartig. Tja, das ist das Problem, wenn man Streaming-PC hat, Leute. Das ist das Problem, wenn man Streaming-PC hat. Das ist das Problem, wenn man Streaming-PC hat. Ja!